Wir haben die Hände so ein bisschen drunter gesteckt, da wo Platz ist, und dann die Schulter und die Rippe ein bisschen angehoben. Also ist das jetzt begleiten oder aktiv machen? Aktiv machen. Also ich bewege Sie. Ich bewege Sie. Genau. Gute Frage. Genau, das haben wir ja im Oktober auch gemacht, dass wir Sie begleitet haben. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr hinten am Schulterblatt, kannst du das mal zeigen, wenn du vielleicht nicht so, genau, da gibt es so eine, könntest du mal auf einem Schulterblatt bei euch suchen, da gibt es so eine Gräte, heißt es auf Deutsch, die Spina heißt die, auf Lateinisch. Und Mosche hat mal gesagt, das menschliche Skelett ist Design für funktionale Integration. Und das ist eine ganz wichtige Knochenstruktur, ihr seht, wenn ihr die Weite vorne, kannst du ihn nochmal ein bisschen weiter nach hinten bringen, dann kann man auf der oberen Schulter sehen, wo das hingeht. Ihr seht, die Spina endet dann in diesem Vordach, in diesem Rabenschnabel-Vorsatz, das ist alles so kreative und im Akromium, genau, in dem Schulterdach. Ja, genau. Und ihr könnt jetzt mal so diese Spina suchen, in der Person. Dass ihr mal diesen Knochen sucht, bei dem brauchen wir in der FI stellen. Und dann sucht ihr die Schulter, die vielleicht schon ein wenig mehr oben ist, wenn es eine gibt. Ja, also bei ihr ist minimal, kannst du nun mal die rechte Schulter ein wenig höher. Und dann kann man das jetzt bei Philipp besser sehen. Und ich bin ein bisschen weiter innen. Ja, also schaut, wenn ihr ganz außen seid, wenn ihr hier an diesem Punkt seid, wo das Schulterdach ist, ja. Und schaut, mich hebe hier ein bisschen an. Dann bewege ich ihre Schulterkugel. Dann bewege ich das Schultergelenk. Das ist bei ihm, er ist immer so fest verzurrt. Dann bewege ich. Und er hat, also seine Schulter ist ja ganz... Nee, nein, nein, nein. Also wenn wir so hier so viel Platz hätten, dann hätten wir hier ein Problem. Nein, nein, nein.